ja einmal gleich speichern hunger liegt einmal fleisch drauf für dich einmal für mich habe ich schon gebraten ja ist leider verdorben gewesen super dann nehme ich mal noch mal ein fleisch mit so warte ich leg zwei die können wir sofort essen wird da liegt was drauf zum essen kannst du essen was das denn bist du gestolpert gerade oder was so okay ich bin bereit wo ist wieder die wasser entnahmestelle ja da manchmal ist es sehr seltsam mit dem wasser entnehmen so ach so ja stimmt wir können wasser kochen so ich koche wasser ich habe hier einen wasserschlauch den kann ich doch bestimmt dann benutzen mit den dingern dane ich könnte auch beeren kochen was sind die blöde wasserstelle auf der anderen seite da drüben nahe der steine ist sie ja ja ich dachte auch aber da habe ich es gerade geholt wie kann man eigentlich gebratenes fleisch mitnehmen geht das überhaupt so warte warte erstmal ich hier kann ich das irgendwie benutzen ich kann es nur sofort trinken schade wie wasser wie wie kann ich denn wasser mitnehmen hier ist da noch ein eimer haben wir jetzt die drei eimer das gut kann ich denn hier sauberes wasser zum trinken mitnehmen ich kann es glaube ich nur an den schildkröten aufsammeln ne ich kann es so aufsammeln aber das ist doch verunreinigt schmutziges wasser aber dann kann ich wahrscheinlich mitnehmen und in den eimer kippen vermutlich so ja gut das wird natürlich gehen so das ist ja jetzt gepökelt hier nehme ich mal an das kann ich glaube ich so essen frisch ne rohr hohes fleisch ist frisch du hier rohe echse ach so ist ja der falsche ständer ich idiot hier muss ich ran getrocknete taffeln ah super wo bist du denn schon wieder ja ich habe noch meinen pot drauf und wollte in der zeit wo der da dinge macht wollte ich mal eben hier wo bist du denn noch was sammeln ich bin hier oben ich ach da weil wir wollen doch dann auf action auf suche so dein pot ist fertig hier übrigens hauptsache der stuhl wird fertig oder was hier hier nimmt das fleisch hier noch mit was hier hängt das ist trocken das kannst du unterwegs essen das andere genau ja so na dann wo wir mal hin in welche richtung ich hätte gesagt zwischen gelb und lila so quer für durch oder was mir wird angezeigt dass firefox the forest spielt cool guter mann so also ich gehe jetzt zwischen gelb und lila ich musste mir die nase einmal schnäuzen ach so ich dachte pudern so jetzt sind wir endlich wieder auf action aufs auf suche oder drüben ist eine höhle wo denn da drüben ja dann gehen wir doch dahin ja das ist da kommen wir wenn wir nach hause müssen können wir auch ganz schnell wieder nach hause rot hast du gesagt ne ja genau ich habe die bibel gefunden die liegt hier brauchst du da ne warum haben wir nicht so ne hübschen betten hier oh ich bin in dir drin sehr gut ich mach mal licht an wer bist du wer bist du du siehst schon wieder ganz anders aus jetzt hast du den jetzt hast du den porno balken im gesicht mit brille so ich habe mal ein bisschen licht hier oh oh ja ja ich sehe es eine einladung ich dachte erst sind rucksäcke blutige aber es sind brustkörbe oh was war das na ja babies ne das war ne fredermaus fredermausbabys mein stick ist aus toll ey hier ist ein hier ist ein sitz vom flugzeug hier sind beine auch menschen ja ehemalige boah wie die explodieren die teile und ihr habt noch eine uhr oh ich habe was gefunden hier äh hier geht es theoretisch runter du hier habe ich was gefunden wo ich gerade stehe vielleicht du auch ja ich habe das alles hier gefunden ja auch dieses ding hier was dann nachher ja hier geht es glaube ich auch weiter oh warum ist das ja okay hier kommen wir glaube ich nur mit tauchen weiter was ist das schädel oh ganz viele schädel da unten leuchtet irgendwas was ist das äh ein sitz okay geht es da unten noch weiter ne ne doch da ist ein höhendurchgang dahinten wo es so dunkel ist ja das problem ist ich sehe hier unten nichts ja aber denk dran luft und so aber an anderen stelle war was zum runterklettern hast gesagt ne ja ich glaube da geht es weiter dann sollten wir uns da umsehen oh ich brenne ich brenne du brennst immer noch so wo ging es denn jetzt hier weiter ja hä das ist doch hergekommen ne hier woanders hier ach da guck mal hier ich weiß nicht ob man da runterkommt keine Ahnung äh dazu brauchen wir so einen Klitterhaken ich habe gesehen auf diesen so Solara Croft mäßig weißt du ja haben wir nicht ne haben wir nicht okay dann können wir hier nicht weiter weil wir hier mehrere Sachen brauchen die wir nicht haben ach schade wobei ich äh äh Druckluftflaschen im Inventar habe aber kein Sauerstoffgerät woher sind die denn eher wahrscheinlich irgendwo gefunden keine Ahnung okay schade 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 hm du bist wieder in mir drin da hat sich grad was bewegt ja gut ähm so viel dazu ich würde jetzt trotzdem da langlaufen hier vielleicht finden wir hier noch was hübsches ich habe schon was gefunden und das bist du ach danke hm hm was hatte ich gesagt zwischen gelb und lila eigentlich ne wir sind ja abgedriftet was ist das hier hinten warte mal hier ist Gegend warte mal oh 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 hier ist eine Schildkröte oh hier ist doch irgendein anderes Vieh ich habe was gehört ja äh Schildkröte lebt noch oh da kommt einer zwei drei vier ja komm her wo bist du denn fünf da hinten ist noch ein dicker oh ne komm weg da okay wir gehen ich sag ja gelb und lila da kommt oh die kommen alle runter zu Alter wow 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 Hilfe äh äh wo bist du ich bin hier und oh ich wurde gerade gehauen ganz doller ich kann ich kann ich kann nichts essen ja ich bin jetzt gleich tot scheiße oh 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 ich lebe noch ne ich lebe nicht mehr shit ich bin auch tot ich bin rückwärts gelaufen die Klippe runter gestürzt ähm ich weiß nicht ob ich dich da kriege ne ich weiß auch nicht wo ich gerade liege ehrlich gesagt wobei ich äh regeneriere gerade Leben sehe ich gerade durch meine Medizin die ich genommen habe oder versucht hatte zu nehmen die hat ein bisschen oh ich hör was ich glaub da kommt jemand ist da jemand oh okay ich hab kein Leben mehr regeneriert ich hab dich wiederbelebt aber guck mal da oben sie kommt runter oh alter jetzt steht die da oben wo ist denn wo ist denn achso ja was ist denn jetzt eigentlich unsere Taktik hier na eigentlich wollte ich überleben aber toll jetzt ist die da tot oder oben ich hab sie mit einem Pfeil oder oben naja ich hab sie mit einem Pfeil angeschossen und jetzt hängt sie da oben ab ach das ja ja wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade ich hab ja wirklich weit sind wir nicht gekommen ne nein nein aber hier ist die Höhle gleich oder ne scheimkleister dabei wollten wir auf Action hier und so und auf Suche und jetzt hab ich wieder fast kein Leben so was hatte ich so gesagt zwischen gelb und lila ne warte mal ich komm mal hinterher keine Ausdauer mehr sehe ich schon wieder nicht ah da siehst du mich jetzt ach da ist er ich warte mal kurz auf dich dann kann ich ein bisschen Ausdauer regenerieren so hier bin ich nicht getroffen ach du hast ne doch nicht so oh guck mal ah ne da ist schon wieder einer einer aber nur das ist glaube ich ein ein Beobachter guck mal der rennt weg da hinten ist ein dicker auf auf gelbe auf ein gelbe ach der guckt gar nicht ih was ist das denn du das ist ein neuer hä das ist ein neuer na guck mal hier das ist Manuel hä wer ist Manuel na Manuel Neuer guck mal da drüben oh oh soll man mal hingehen und den piksen ja der sieht ein bisschen dick und stabil aus oder ich weiß nicht ob vielleicht kann der nicht so schnell rennen komm wir versuchen es mal ähm hast du das wirklich überlegt ne oh da ist noch ein anderer oh oh der rennt schnell wo ist der denn der kommt oh Gott warum ich hab ihm nichts getan ist er weg ne da ist er ach du scheiße hier waren Pfeile drin ja und Dynamit huh wo ist er da drüben ist er da drüben ist er so jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Pfeile also ich ja ich hab auch Pfeile und Dynamit und Dynamit oh ich könnte ihn sprengen warum ist hier so viel Dynamit dann muss doch hier irgendwas in der dann muss doch hier irgendwas in der Nähe liegen oder 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 reiner Zufall dass hier so viel ist vor allem reiner ne ich hätte gesagt zwischen gelb und naja ich glaub der 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 ist so stabil der ist bestimmt nicht so schnell äh Gerardo ich hör den doch wo ist der denn uh uh ich glaub da war was Shiki da ist er ich überleg grad ob ich hier äh Shiki der kommt der kommt wo denn der kommt ah der kommt oh Gott huh oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße kommt er dir hinterher Tatsache geh ins Wasser schwimmen schwimmen ja 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 ich bin weg ich bin weg nimm ne Granate also hier wo sind die denn hab ich die nicht auch da ach das sind Leuchtfackeln uh lame Shiki das sind Leuchtfackeln oh Gott jetzt kommt die ohne ich hab nen Pfeil in ihm drin oh nein er ist tot juhu juhu kannst du ihn looten ne 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 aber ich kann meinen Pfeil rausziehen wo ist er denn ich kann ihn looten hast du ich hab ihn gelootet ja huh oh ich kann auch sehr gut so ah ist er weg mehr können wir nicht machen ne ne leider nicht aber wir können das gleich anziehen die Pelle okay angezogen mhm gleich viel stabiler fühle ich mich äh wie war das äh 633 ach Mist das reicht nicht ich brauch Stoff so boah hier geil hier sind so viele Vögel mhm kann ich ganz viele Federn sammeln ja huch da ist er da ist er toll Shiki hast ihn erschreckt so ja du weißt dass du ähm jeder Pfeil bei dir sind äh ist wieder eine Feder die du verballerst ne ne ich sammle die Pfeile die ganze Zeit wieder auf also ich hab hier keinen einzigen Pfeil verballert ich hab immer noch äh 21 Pfeile so plus den einen Pfeil den ich aus dem rausgezogen habe ach ne das ist ja ein anderer ich dachte der ist jetzt aus dem Wasser gekommen hallo funktioniert das Mikro noch oder ja hallo ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier ach so weil ich die ganze Zeit mit dir rede und keine Antwort kriege ich rede doch die ganze Zeit mit dir warum antwortest du da nicht ich antworte doch die ganze Zeit du es wird schon wieder dunkel ja und wir sind irgendwie nicht weitergekommen nein wir wollten hier guck mal da wir wollten zwischen gelb und lila langlaufen jetzt müssen wir eigentlich schon wieder nach Hause gehen zum schlafen ja macht ja vielleicht Sinn oder ja oh Gott gut also es war jedenfalls kein Dynamit es waren nur Leuchtfackeln ja ist ja nicht schlimm mein Gott aber wir haben gut überlebt ja ich finde auch hat sich gelohnt also gehen wir nochmal schlafen und dann gehen wir wieder los ja aber diesmal dann richtig hm 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 ist aber ganz schön weil uhhh ey vorsichtig da gehts tief runter toll ich komm nicht mehr hoch toll mhm oh oh warte mal lauf mal nicht zu weit weg Ich lauf doch nicht lauf doch einfach vernünftig Ja, ich komme da nicht mehr hoch, das ist das Problem. Ja, warum bist du denn erst runtergegangen? Ja, weil ich dachte, es wäre safe. Ja, siehst du ja, wie safe das ist. Das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Was war das? Das klang wie ein Krokodil. Aber es ist schon interessant, wie viel Saft in unserem Big-Foyerzeug drin ist, ne? Ja, das ist das unendliche Big-Foyerzeug. Ja. Bigger ist better. Hashtag keine Werbung. Guck mal, hier sind ein paar Bäume, glaube ich, nachgewachsen. Ich würde nämlich ganz schnell schlafen gehen. Ich brauche noch zwei Sticks, die muss ich noch besorgen. Wofür? Für deinen Stuhl oder was? Dann ist der Stuhl fertig. So, wenn du den Rest hast, dann ist er jetzt fertig. Ja, habe ich. So, einmal Fleisch draufgelegt. Wie viel? Hast du nur einmal Fleisch draufgelegt? Ja, ich habe nur einmal Fleisch draufgelegt für nachher. Mehr habe ich leider nicht. Dann lege ich was nach. So, dann holen wir noch einmal Wasser schnell. Schon mal vorbereiten für nachher. Hier, so. Sehr gut. Okay, ich bin bereit zum Schlafen. Warte, ich muss erst einmal Fleisch drauflegen. Oh. Okay. Geht los mit Schlafen und so, ja? Nee, erst mal speichern. Ah, geht noch gar nicht. Da ist noch ein kleiner Strich ist da oben noch. Gleich ist er voll. Kannst du schon mal Wasser holen? Das können wir ja auch schon mal draufpacken, ne? Theoretisch, ja. Wir müssen bloß wieder ein anderes Feuer hier machen, ne? Nebenbei. Ich gucke mal, ob ich, äh... Ah, mir fehlen Sticks. Hast du noch welche? Nee, ne? Äh, zwei Stück. Ja, die reichen. Für das Feuer hier. Ich konnte es doch jetzt... So, jetzt kann ich es hier bestellen. Sehr schön. So, dann kannst du hier dein... Dein... Dings draufpacken. So, und jetzt haben wir Speicher. Jetzt können wir schlafen. Schlaf ist aktiv. Oh. So, dann gehe ich nochmal schnell aufs Klo. Ich habe heute einen exorbitanten Hahn dran. Ey, 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 ey. So, einmal essen. Oh, nie, aber vorher noch ein Essen eben schnell. Hast du wieder verrottetes Fleisch reingepackt hier, oder was? Nein. Oh, der brennt schon wieder. Irgendwie wird das nichts hier. Das Wasser ist auch noch nicht fertig. Komisch. Also mein Fleisch ist noch gut. Ich packe nochmal zweimal drauf. Okay. So, dann los, abschnell. Toilette. Drängel doch nicht immer. Du hast doch gerade gesagt, dass da irgendwas ist mit dir. Oh, dass das Wasser verkeuchelt. Gibt es sowas, dass es verkeuchelt? Nee, ne? Oh, jetzt. Oh, jetzt. So. Okay. Achso, ich könnte es bloß wieder ranhängen. Ich habe nichts Ruhes. Gut, 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 gut. So, und du könntest... So, wenigstens was. So. Dann warten wir mal noch schnell, bis er da ist. Mal schnell mal speichern. Und dann geht es aber richtig nochmal los. Aber so richtig. Knochen... Oh, da haben wir wieder ein paar. Ah, nee, wir hatten nicht genug Stoff. Schade. Ich habe zu viele Seile gebaut. Was können wir denn eigentlich mit Seilen bauen? Warte mal. Sehr viel. Köcher, Steinbeutel, Hasenfellstiefel. Mhm. Seht ihr dann permanent? Na, und war das... Naja, wir gehen dann wieder auf Achse, heißt es, damit losgehen. Warte mal. Ein Hasenfellstiefel? Drei Hasenfelle? Oh, aber das Essen, das bringt hier aber auch nicht viel. Mist. Tja, ich glaube, wir müssen auf Essenssuche gehen. Na, jetzt gehen wir erst mal und nehmen Essen mit. Na, da drüben ist doch noch... Ist doch das Gepökelte da. Nee. Ranhängen wieder und aus dem Inventar essen. Hab ich doch jetzt. Ja, hier ist noch Fleisch mit. Und wir besorgen uns dann neues Fleisch. Müssen wir auf jeden Fall machen, weil... Ja, nee, ein bisschen machen wir doch, Litana. Ein kleines bisschen. Nur nicht so lange bis halb zwei oder so. Das war nicht damit gemeint. So, hast du jetzt. Ich hab das immer die ganze Zeit in der Hand, das Fleisch. Hä? Okay. Scheint zu gehen jetzt. So, jetzt komm. Jetzt gehen wir nochmal zwischen Gelb und Lila endlich mal, ja? Können wir nicht ein Auto nehmen? Nein. Hast du Nein gesagt? Ja. Aber warum? Ja, weil es kein Auto gibt hier. Solltest du eigentlich wissen. Also was natürlich geil ist, dass wir jetzt so viele neue, tolle Gegenstände haben. Hier drüben können wir wieder Dings mitnehmen wahrscheinlich. Die... Na, Strippen und so weiter. Oh, warte mal. Ein Lizard? Ja, und Fleisch können wir mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, die Performance hat sich gebessert. Komischerweise, bei mir war es der Grafikkartentreiber. Bei mir ist es heute auch besser. Stoff. Vielen Dank. Aber ist das Cloud Gaming? Was willst du machen? Was, vielen Dank. Nee, die Sachen, die jetzt hier sind. Das meine ich mit vielen Dank. Ich sammle hier ein paar Sachen ein. Hier ist wieder ein Outfit. So, neues Outfit. Hier findet man immer neue Outfits. Das ist Wahnsinn. Also ich finde den Loot Drop, finde ich ein bisschen krass. Also das habe ich auch nicht so in Erinnerung, dass das immer so war. Na, bei den Respawns ist es halt so, ne? Ja, aber es ist schon extrem, dass hier ständig, also wirklich ständig neuer Kram kommt. Und nicht, dass das sollte ja schon irgendwie ein bisschen länger brauchen, oder? Ja, vielleicht. So, ich gehe jetzt hier weiter runter. Wo bist du? Ja, ich sammle hier noch Kram ein. Ach so. So. So, wo ist der Firefox hin? Ich bin hier runtergegangen. Vorsicht, hier ist die Klippe. Boah, so weit schwimmen. Ist doch nicht so schlimm. Ja. Bist du aus Zuckerwatte, oder was? Naja, okay. Guck mal, ich halte sogar mein Feuerchen nach oben für dich. Also bisher kein tödlicher Fisch zu sehen? Naja, ich glaube auch hier nicht. Hier gibt es sowas nicht. Wo bist du vor mir? So. Da hinten läuft einer. Zwei, drei, vier, fünf. Oh, 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 oh. Bleib hier stehen, komm hierher. Die rennen da vorbei, die sind nur auf Suche. Ja, ich weiß auch, nach was sie suchen. Nach was denn? Nach uns. Oh, mein Gott. Prost. So, jetzt können wir weiter. Die sind vorbei, Rand. Mein Hals ist trocken. Ich bin ja immer noch krank, leider. Diese Probleme, keine Ahnung, wie lange. Wir spielen jetzt, weißt du ja gar nicht, sechs Stunden, sieben Stunden. Und bisher läuft es eigentlich. Aber das ist jetzt natürlich kein Vergleich, ne? Was machst du da unten? Was heißt denn läuft? Wie meinst du, das läuft? Nee, na, weil der Wader schreibt, dass er das mit Gumpel gezockt hat. Und da wurde die Performance so länger man spielte, umso schlechter. Ja, gut, da kann ich ja eh nichts zu sagen, weil ich auf den Nvidia-Servern spiele. Bei mir läuft es okay. Guck mal, hast du, wie sind denn die Steine hier hingekommen? Oh, warte mal, hier sind ein paar Bären. Ey. Oh, es sind nicht die richtige Bären. Die waren doch blau. Oh, ach nee, diese scheiß Pflanze war blau dahinter, verdammt. Hier ist ein blauer. Nee, das ist auch rot. Der kommt. Was? Was? Wo? Wo kommt? Wo kommt? Oh, hier geht's tief runter, vorsichtig. Yo, aufpassen. Gehen wir außenrum oder gehen wir einfach runter? Ich guck mal, hier sieht's besser aus mit runtergehen, hier. Ja. Äh, ach nee, das ist... Öle? Nee. Nee, ich dachte, das wäre ein Vieh. Von der Farbe her passte das hier, aber... Hier ist aber ganz schön. Jo, hier ist schön bergig. Also, äh, also, und waldig, ne? Mach mal dein Feuerzeug aus, bitte. Warum denn? Triggert dich das oder was? Ja. Das ist... Du hast immer Lampe an, Feuerzeug an. Ja. Egal, was wir spielen, du hast immer die Lampe an. Ja. Ja, irgendeiner muss doch die Lampe anhaben. Oh, hier geht's nochmal runter. Oh. Warum geht's hier so tief runter? Irgendwie wird's doch dunkel. Was ist das hier? Ich will mich gar nicht hinbewegen. Was ist das? Hä, wo denn? Da links. Das da. Was ist das? Oh. Das ist ein Mensch. Das war ein Mensch. Oh. Hier ist eine Höhle. Echt? Hier. Tatsache. Und Kisten. Mit nix drin. Doch, Stoff. Stoff ist hier mit drin. Warte mal, jetzt habe ich, glaube ich, genügend Stoff, dass ich mir ein bisschen, genau. So. Eins, zwei. Was baust du dir denn? Ich baue mir eine Rüstung. Eins, zwei, drei. Sieben Knochen. Und drei Stück Stoff. Kaputte Spielzeug. Okay. Und dann kann ich das tragen. Mit was kann ich das? Kann ich nicht kombinieren. Okay. Und dann kann ich mir das anziehen. Dann bin ich ein bisschen gewappnet, weißt du? So, mehr kann ich mir jetzt nicht bauen. Und dann essen wir mal noch eine Heidelbeere. So, wegen dem Haushalt und so. Okay, also ich bin, was ist das hier? Achso, Stock. Das könnten wir auch noch schnell bauen. Warte mal, wo sind sie dann? Ein Stock und eins, zwei, drei, vier, fünf Federn. Und dann hast du Pfeile, oder was? Ja, sicher ist sicher. Aber jetzt habe ich bloß noch vier Federn. Also kann ich jetzt mir nichts weiter bauen. So, sieht gut aus. Also ich gehe rein. Doch, ich habe mir auch ein paar. Was, ich kann durch auch tragen? Tatsache, tragen erhöht Rüstung. Oh, oh. Oi. Oh, oh. Ey, ich bin jetzt eine super Imba. Oh, warte mal. Bist du schon drin? Warte mal, Chiki. Wollen wir nicht kurz einen Unterstand oder so bauen zum Speichern? Ja, können wir doch hier drin machen. Können wir da drin was bauen? Wir brauchen doch bestimmt Stöcker oder so. Für den Unterstand. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Boah, ist das hier dunkel wie ein Bärenarsch. Oh, oh. Guck mal hier. Oh, was ist das? Was ist das? Guck mal. Was denn? Das ist noch Papier hier. Ja, warte. Oh. Bist du das? Ne, das sind wir beide. Okay, und wer hält wen? Ja, sollen wir uns einen Unterstand bauen oder? Na, können wir hier drin überhaupt einen bauen? Warte mal, es ist dunkel. Theoretisch ja. Oh. So, ich speichern mal. Zumindest speichern können wir hier drin. Kommen wir hier noch durch? Sehr gut. Wir kommen hier nicht mehr durch, oder? Doch, hier hinten kommen wir. Hier hinten kommen wir. Nee, hier hinten kommen wir durch. So. Okay, gut. Ey, Mensch, wir sind super. Okay, hier sieht es genauso aus wie in der Höhle. Prost. Hier sieht es genauso aus wie in der Höhle vorhin. Wo denn? Was ist das? Oh, ich mache mir wieder den Stick hier. Warte mal. Huch. Oh, hier sind Cola. Wo denn? Hier hinten geht es auch weiter. Durch den Gang. Wo sind die Cola? Na, hier in den Kisten. Hast du keine Kisten? Also, guck mal, hier hinten geht es auch lang. Also, nicht nur da, wo du stehst, sondern hier drüben geht es auch nochmal in der Höhle weiter. Boah, gibt es hier viel Coke. Geil. Ja, deswegen. Huch. Also, es gibt zwei Wege. Welchen wollen wir nehmen? Oder wollen wir uns aufteilen? Nee. Wir bleiben schön zusammen. Okay. Es macht ja keinen Sinn, sich aufzuteilen. Schmeißt du die immer wieder raus? Hä? Du kannst nicht so viel tragen. Deswegen. Ach so. Okay. So, wollen wir links oder rechts? Links. Also, mein Herz schlägt ja links. Also, gehen wir links. Ja. Oh, es ist dunkel gerade. Warte. Fledermäuse. Fledermäuse. Oh, ich habe die kaputt gemacht. Kannst du die looten? Nee, ne? Nee. Leider nicht. Schade. Okay. Denk dran, es ist bedrohte Art, ne? Ich würde das ja auch nie im echten Leben tun. Das ist löblich von dir. Mir gefällt das hier überhaupt kein Stück, ja? Ein bisschen Heilung. Tut gut. Aber ich glaube, hier müssen wir wieder tauchen. Hier sind auch überall Bibeln. Ja. Hier ist nichts drin, ne? Auf jeden Fall viele Pokémon hier. Und wie viele Uhren hier immer sind. Auf jeden Fall viele Klam, die wir brauchen. Und noch mehr zu trinken. Mal gleich eine reinschlürfen, weil wir haben ja hier gerade echt viel. Was ist das hier? Was ist das hier? Das gefällt mir gar nicht. Was ist das hier? Oh, das teilt sich schon wieder auf. Einmal rechts, einmal links. Mein Herz schlägt dir links. Hier rechts ist eine Barrikade. Komm mal, das ist wie ein Labyrinth. Wir müssen uns nach einem bestimmten Muster hier durchhangeln. Ja, ja. Sind das Spinnen oder? Ne, das sind Daumen oder Finger oder so. Ah. Ja, hast recht. Was ist das für eine Höhle hier? Ja. Oh, ist dunkel. Okay, jetzt. Was ist das hier? Penisse? Oder was ist das? Ach, das sind echte Köpfe. Vor allem Penisse. Das sind Köpfe. Ich habe eine Kassette gesammelt hier vorne. Der Kopf hatte eine Kassette drin hier. Der hier. Vor mir. Der da. Okay, bei mir nicht. Vielleicht hast du es automatisch bekommen, weil ich sie gesammelt habe. Ey, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Hörst du das Geräusch? Das Höhlengeräusch? Ja. Ist sehr, sehr, sehr gruselig. Ich habe Angst. Oh, schau mal hier. Schon wieder was. Irgendwo gibt es hier so ein Loch. Ja, es scheint so. Das wollen wir finden. Was ist mit dem hier? Das ist ein bisschen ausgebärgelt, hm? Oh, hier ist Dynamit. Chicky. Ihr lacht gerade im Dynamit bei dem Typen. Ihr lacht Dynamit. Ich habe alles eingesammelt, was ging. Da war eine Dynamitstange bei mir. Okay. Hier geht es raus. Würde ich mal... Nee, hier geht es weiter. Warte mal. Okay, ich gehe auch... Nee, hier geht es raus. In eine Zwischenhöhle. Wo ist das denn? Hier ist auch so viel Dynamit. Du, die gehen nicht kaputt hier. Was ist das hier? Das ist Beschiss. Ach, das ist... Oh, cheeky. Warum haben wir das... Ey, das ist das Loch. Geil. Fall nicht runter. Was liegt denn da unten? Wir haben das geheime Loch gefunden, wo man hin muss. Ja, wir müssen noch da unten, ne? Wie kommen wir denn da runter? Spring? Das ist nämlich das Geheimnis. Ach, das ist das Geheimnis? Ja. Und wie kommen wir da runter? Keine Ahnung. Wir müssen durch die Höhle... Kann ich hier lang? Oh, hier geht es nicht weiter. Okay, dann müssen wir wieder hoch und die nächste links. Wir müssen durch die Höhle halt weiter. Ja, dann müssen wir hoch und die nächste links. Aber guck mal, da unten liegt irgendwas. Ja, da ist unser Sohn. Sicher? Sieht mal aus wie ein Fisch. Ja. Okay, zurück. Mich wundert es, dass wir bisher noch keinen Gegner getroffen haben. Hm, ich finde das zum Notizbereich des Buches hinzugefügt. Ey, du stehst mir im Weg gerade hier. Ich komme nicht weg. Ist das schlimm? Ja, ich komme dadurch nicht weg. Was mich hier ein bisschen irritiert ist, dass hier... Der hat schon wieder eine Dings in der Hand gehabt. Hier eine Granate. Also hier ein Dings. Eine Dynamitstange. Mich wundert es, dass... Ja, was wundert mich das eigentlich? Ja, dass keiner hier da ist, ja. Oh, ich muss mal irgendwas essen. Warte mal. Schon wieder? Achso, so essen. Ja. So, jetzt, wenn wir hier oben sind, müssen wir dann links rum, ne? Hä, was ist denn... Achso, da sind wir hergekommen, genau. Oh. Oh. Hast du das gehört? Warte mal, hier liegt was. Ein Kreuz. Ich, ähm... Würde hier ein Dynamit hinschmeißen. Sicher? Das kannst du aufmachen. Okay. Achso. Ich guck mal kurz, was... Finde Timmy, erkunde tote Höhle, erkunde feuchte Höhle, heraufzuklettern, finde einen Weg in den Kessel, finde einen Weg, äh, äh, die Fels... Achso, äh, Felswände heraufzuklettern, baue Verteidigungsanlagen. Ja, okay, die müssen wir ja noch machen. Die feuchte Höhle. Wir sind also in einer feuchten Höhle. Was ist das hier? Ich habe sehr... Ich fühle mich hier nicht wohl gerade. Ja, ich habe auch nicht unbedingt ein gutes Gefühl dabei. Vor allem wird das mit dem Wasser immer lauter hier. Ähm... Oh, oh. Ja, naja, sie kommen. Da sind Viecher. Okay, also zurück, oder was? Keine Ahnung, oder wir versuchen, sie zu... killen, ich... Scheiße, 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 scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, du bist gar nicht hinterhergerannt, was machst du da? Hast du den angegriffen, oder was hast du gemacht? Achso. Weg, weg! Weg, weg, weg! Holy fuck! Der lebt noch. Ja. Jetzt ist er weggerannt? Nee, doch nicht. Achtung, jetzt! Tot? Nicht so früh. Ja, kommt! Oh, da oben ist er. Reicht, reicht. Lass ihn brennen, lass ihn brennen. Ja, geil. Rüstung, denk dran. Denk erst mal looten, ey. Ich auch, komm. Hm. Hat doch wunderbar... Oh, da hinten ist einer. Vorsicht, da kommt ein kleiner. Wo denn? Der ist da im Dunkeln gerade. Moment. Nee. Spar dir doch die Spritze. Okay, ich spar mir die Spritze, hör mal. Der war hier im Dunkeln, ich hab ihn gesehen. Ich weiß nicht, wir sind unbesiegbar. Toll. Äh, oh, oh. Warum machst du das? Ach so, das sind diese... Dingens. Okay. Hier ist ein Stuhl, falls du brauchst. Die schlafen. Und hier geht's weiter runter. Nur mal so, ne? Hier, Schnuggi, geht's weiter runter. Hier ist ein Gegner. Ja, ja. Der hat einen Pfeil drin. Ja, ist meiner. Kannst du den jetzt wiederholen. Also, hier hinter mir geht's runter. Warte, warte, warte. Ich will bloß gucken, ob hier irgendwas ist. Beine gibt's hier. Oh, warte mal, Feuer. So, ein bisschen Licht. Hier geht's anscheinend auch weiter, aber da hinten geht's halt runter. Wir sollten ja eher runter, ne? Wir sollten ja eher runtergehen. So, okay. Also, hier. Irgendwo läuft noch was. Warte mal, hier sind... Ne, hier ist bloß die Sitzbank. Ich guck mal nach unten. Da trappelt irgendwo was. Ja, ich seh hier nix. Ich geh mal runter. Oh Gott, das ist sehr tief, ja? Aber er ist ganz schön kräftig, dass er einhändig das Seil runter und hochklicken kann, ne? Das ist sehr gruselig hier unten, oder? Oh, Mann, ey. Was haben wir uns hierbei nur gedacht? Nur mal kurz, ne? Nur mal kurz. Ich muss mal... Ich muss mal ein Buch gucken. Ne, das ist die To-Do-Liste. Wo ist hier Notiz? Ist das hier Notizen? Das hier Notizen. Warte mal, Notizen. Ich blätter mal meine Notizen. Ne, da ist nicht viel an Notizen da. Das sind nur die einzelnen Bilder. Und das, was er hier hinzugefügt hat, leider. Oh. Oh ist schlecht. Was ist Oh? Warte, warte, warte. Renn nicht so weit. Was ist Oh? Hi, hi. Hi, Titai. Wo bist du? Buh. Haha. Toll. Ich dachte, dir ist so was passiert mal. Ne, dann sag ich doch Hilfe, oh Schwester. Hilfe. Oh, ich muss was trinken, was essen, warte. Schon wieder? Achso, ich auch, ja. So, ich hab gegessen. Warum ist das so scheiße dunkel? Warte. Ja, das ist mir, ist mir jetzt so ein bisschen zu finster hier. Da ist wieder ein Geräusch. Okay, hier geht's nicht, hier geht's weiter. Oh, warte mal, hier ist, hier ist Action. Ach du Scheiße, da hinten ist. Ach du, hier ist einer. Oh, 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 oh. Ich glaube, da hinten sind Zelte. Guck mal, hier sind Zelte. Und Babys, 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 Babys. Ach du Gott. Und von rechts kommt auch einer. Komm zurück, zurück, zurück. Ja, ich bin ein Stück zurück. Und ein Baby kommt da, angerobbt. Oh Gott, ein Baby. Oh, das ist Kind, Baby. Das ist Gollum. Und da kommt das Baby. Das Baby ist gleich da. Oh. Oh. So, Baby ist platt. So, der Pfarrer kommt. Okay. Lord Vader kommt. Toll. Okay. Komm, ich schnitzel dich. Komm her. Mann. Wo ist denn hier so eine Leuchtfackel? Da. Rechte Maustaste gedrückt halten, um die zu schärfen erst, bevor du loswürfst. Also, äh, 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 Blocken-Taste. Oh, okay. Ja, danke. Vorsicht, der kommt da. Okay. Ich will da hinten zu den, zu den Zelten, damit wir speichern können. Meinst du, da kann man speichern? Ja, da ist ein Baby. Da ist ein Baby. Houston, wir haben ein Baby. Da kommt's. Es kommt. Da sind mehrere Babys. Oh, 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 Dynamit rein. Huh. Huh. Ich kann's nicht. Jetzt hab ich's getroffen. Ich hoffe, ich hab ein oder zwei davon gekillt. Ich glaube, ich hab alle gekillt. Jetzt sehen wir nicht, ob da irgendein Baby... Und es gibt hier, äh, soda ohne Ende. Ja. Ich hab hier wieder was. Äh, siblings still missing. Okay. Alkohol hab ich gesammelt. Wahrscheinlich das Kind, ne? Schade, ich hab mir hier einen Speicherpunkt. Du, hier ist irgendein Geräusch, was ich nicht lokalisieren kann. Ja, du hast recht. Hier ist irgendwas. Da unten ist ein... Ist das denn Geräusch? Da unten ist ein Vieh. Oh, hier ist nichts. Das ist eigentlich ganz gut. Bist du noch hinter mir oder irgendwo? Ja, ja, ich bin wieder hinter dir, ja. Hier sind Stöcker. Okay, die nehm ich mit. Geht auch wieder nicht kaputt. Da schläft einer. Perfekt. Ja. Okay, ich glaube... Weiter wär geil. Na, wir müssten hier... Wir haben genügend Stöcker. Guck mal, pass mal auf. Pass mal auf. Wir haben doch genügend Stöcker. Moment. Lass mich mal was... Alter. Renne nicht so weit weg. Da sind Viecher. Haben wir genug? Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Wir haben nicht genügend Blätter. Doch. Entschuldigung. Aua. Ich hab erstmal gespeichert. So. Jetzt könnten wir auch schlafen. Vielleicht wird's dann heller. Hä? Das ist ne Höhle. Das ist ne Höhle. Nee, wenn wir schlafen, haben wir noch mehr Hungerprobleme, ne? Ja, das will ich jetzt auch nicht... Ich hab auch Hunger ohne Ende hier. Ich hab mal mein letztes Fleisch gegessen. Ich auch. Achtung, er kommt wieder. Was hat der für ein Problem? Ich hab keine Ahnung. Egal. Warte, der kommt gleich wieder. Da, kommt er. Aua, du triffst die ganze Zeit mich. Entschuldigung, steckt er bei dir noch irgendwo drin? Ja, tolle Wurz. Ach du, er kommt wieder. Vielleicht sollten wir ihn hier vorne in Empfang nehmen. Jetzt kommt er. Da. Siehste. Ey. Kein Bock mehr auf den. Jetzt hängt er fest. Na toll. Ja, ist klar. Mistvieh. Ähm, die Frage ist, kommen wir hier runter? Wir werden uns hier sowas von gnadenlos verlaufen. Da hinten ist irgendwas. Ja, ich geh mal hier langsam runter. Ähm. Ich geh mal hier. Ich seh nur kaum was. Ja, ich geh mal hier am Rand. Hier sind Steine. Weil wir kein, ähm, keine Taschenlampe haben. Aha. Wir brauchen auch schon eine Taschenlampe, ne? Aber da oben leuchtet doch was, oder ist das auch ein Zelt? Ja, nee, das ist ein, äh, so ein Schädel. Achso, ja, ja, so ein Grablicht. Okay, ja, ja. So, lass mal kurz eine Bestandaufnahme machen. Ich hab noch vier Dynamit und sechs Flares. Ich hab ganz viel Soda, aber nur noch einen Lizard. Den könnten wir braten, aber mehr ist jetzt hier nicht, ne? Ähm, ich hab gerade gesagt, wickel mal Stoff um die Achse und zünde die an. Ja, wir brauchen aber hier was zu essen, ne? Ja, aber trotzdem, wegen Licht. Warte mal. Oh, ist ein bisschen heller. Stoff um die Achse wickeln und dann... Ja. Aber das ist ja genau das Gleiche wie mit meiner Fackel, die ich hatte, ne? Ja, aber das leuchtet heller irgendwie. Oh, ist schon wieder vorbei. So, wo müssen wir lang? Hier, ne? Ja. Hier hoch? Nee. Doch, doch, hier lang. Warte doch. Oh, guck mal, Geld. Köpfe, Geld. Mmh. Ich hab ne Kettensäge. Oh, die hätt ich auch gerne. Hier. Hier liegt sie. Bestimmt auch für dich. Cool. Hast du? Jo. Ich glaube, wir müssen die... Warte mal, ausrüsten? Benutzen. Okay. Also, wir könnten jetzt die Leute Kettensägen. Hier ist noch Sprit. Wenn du brauchst. Und Seil. Ich pack das mal wieder weg. Hier drüben. Hier drüben ist Sprit und Seil, ne? Wo? Hier bei mir. Da. Okay, jetzt haben wir die Kettensäge. Das ist ja ganz nice. Aber. Wir brauchen was zu futtern. Ich glaube, wir kommen hier wieder raus. Ja, das wäre gut. Weil wir brauchen nämlich was zu essen. Hier ist ein Seil zum Hochklettern. Ach, ich hab mich gefreut. Wir können noch ein bisschen tiefer. Aber egal. Man muss ja auch mal realistisch bleiben. Wenn wir hier nichts zu essen finden, dann sind wir eh platt, ne? Ja. So, ich bin schon mal oben. Da hinten ist ein Ausgang. Sieht danach aus. Es könnte aber auch eine Falle sein von den anderen. Den anderen. Aber wir müssen hier in die Höhle theoretisch nochmal rein. Das weißt du, ne? Oh Gott, hier geht es auch wieder nach links ab. Nee, nee, das Wasser. Ja, okay. Es geht nach links und rechts ab, ne? Oh, jetzt weiß ich, wo das hier ist. Guck mal. Das ist die Stelle. Shit. Shit. Ja, vor allem, wir müssen... Oh, nein. Oh, warte mal. Hier ist ein Feuer. Ja, ich könnte den Lizard braten. Ich mach das mal eben. Ich hab noch einen Fisch. Ich kann noch einen Fisch essen, getrockneten. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück, weil wir keinen Weg hier raus haben. Das heißt, wir haben ein komplettes Höhensystem. Ich werde aber trotzdem mal in dem Wasser hier nachgucken. Hast du dir dein Essen hier draufgepackt, oder was? Nein, ich hab kein Essen draufgepackt. Ja, toll. Okay. Ich hab nur einen getrockneten Fisch hier. Hast du jetzt Hunger oder nicht? Ich habe noch einen getrockneten Fisch. Wenn du eins hast, dann nimm das für dich dann. Also, man kann hier scheinbar schwimmen. Okay. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Okay, ich bin verloren. Schick, ich bin verloren. Ja, hier sind wir. Alles gut. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich bin wieder zurück. Hier. Ja, ist keine gute Idee, glaube ich. Nee, nee. Wir müssen wieder zurücklaufen. Scheibenkleister. Gut, aber die Damen und Herren haben ja gestern gesagt, es ist, äh, äh, oh, mir ist kalt. Ich friere. Warte mal, hier vorne ist ein Feuer. Ich lass mich jetzt mal zum Feuer. Ich bin, so. Die Damen und Herren haben ja gestern gesagt, dass, ähm, man, wenn die Höhlen bereinigt sind, sind sie bereinigt. Das heißt, die respawnen ja nicht. Nur draußen wird respawnt. Ja. Ja, das ist ja einerseits ganz gut, andererseits, wenn wir nichts Essen haben, sterben wir so oder so. Ja, aber dann, so können wir, äh, relativ sauber hier rauskommen, weißt du? Weil wir, äh, stoßen nicht zwingend auf irgendwelche Bösewichter. Oh, das ist Gekeuche, ey. So, das heißt, der Bereich ist hier clean. Ich hätte ja erwartet, dass wir hier die, äh, vielleicht die Axt finden oder so. Ja, gut, ich hab ne Axt. Nee, äh, Quatsch, Axt hier, ähm, diese, dieser, so, 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 Kletter, Kletterhaken oder so. Ach so. So, ich geh mal hier auf der linken Seite lang diesmal. Hier sind zumindest noch ein paar. Ach, wieder dabei. Vielleicht ist hier ein paar Snacks drin. Eben. Auf alle Fälle sind Tücher drin, bei mir gewesen. Hier war ein Snack drin. Ah, nee, noch nicht. Ich glaub, den hast du gesammelt. Ich hab keinen. Nee, ich hatte nur Tücher. Okay, hier ist nichts. Außer das Licht. Hier ist einer. Was ist hier? Hier ist einer. Da unten ist er. Ah, okay. Da, die, äh, huuuh. Uh. Was ist los? Hier ist doch einer. Die Asher Arano meint, äh, wenn die erstmal bereinigt sind, die Höhlen, kann man die als Abkürzung nämlich nehmen, um von A nach B zu kommen. Auf der Insel. Ja. Okay. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir hier bloß noch rauskommen wieder. Hier wieder. Hier. Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Das Problem ist, wo muss ich lang? Da nicht. Nein, hier nicht. Okay, das war das hier hinten am Rücken. Oh, ist das scheinkleistert. Hier ist es. So richtig gute YouTube-Aufnahme. Ja, ja. Weil man so viel sieht, weißt du? Aber das macht ja den Spirit des Games aus. Ach, hier. Okay. Hui, ui, ui, ui. So. Was ist das hier? Achso, da sind wir hergekommen. Und dann sind wir da hochgeklettert. Achso, von da oben gekommen. Aber guck mir nicht bitte wieder unter den Rücken. Nein, nein, nein. Aber ich sehe, ich habe auch eine Brille auf und Pornobalken im Gesicht. Das war mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Echt? Ja. So. Hier ist der Stuhl wieder. Der Stuhlgang. Okay, wir sind wieder bei unseren... Warte mal, vielleicht können wir hier noch... Nee, der ist zu halbiert. Da ist nichts. So, hier war Babyhausen. Ja. Und Beinchenhausen. Ist das so stockend duster, ey. Ich glaube, unser Big-Feuerzeug lässt langsam nach. Nee. Die Augen werden nur schlechter. Also die echten Augen. Manchmal frage ich mich, woher kommt hier dieses Licht? Ja. Oh! Cheeky, zwei, zwei. Lustig, hier waren wir doch nicht. Hier, guck mal, da kommen wir hoch. Ja, hier kommen wir hoch, aber... Oder hinten geht es weiter. Oh, hier liegt Seil. Nimm mit hier. Hier liegt richtig viel Seil. Nimmst du mit, ne? Ich nehme doch alles mit hier. Ach so, ich kann nicht mehr enttragen. Nee, ich habe zu viel Seil. Hier ist irgendwas los, da hinten. Hier ist ganz viel Stoff. Oh Gott, hier ist richtig viel Stoff. Also mit Stoffen machen wir natürlich Kleidungsstoff. Ja. Wow. Hier ist noch einer. Jawohl. Hier ist noch was. Cool. Die oben ist noch. Sind noch Kisten? Nee. Oh, hier ist ein Foto. Ich nehme das mal mit. Wo? Hier drin. Ich kann es nicht aufsammeln, leider. Weil wir es schon haben, glaube ich. Oh. Entschuldigung. Was ist das? Boah, warum? Weil du genau reingelaufen bist, als ich zugestochen habe. Merkwürdig, dass das immer nur dann passiert. So, gibt es hier noch was anderes außer das? Nee. Das ist dann also immer die respawende Quelle für Krams. Dann müssen wir mal hier hochklettern, oder? Und gucken, wo wir da hinkommen. Ja. Oh, das Licht. Ich sehe ein Licht oben. Dort ist ein Licht ganz am Ende des Tunnels. da, 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 da. Auch wenn es nur ein Zug ist. Oder ein Auto. Bahnzubringer. Oh, ich sehe deine Augäpfel. Oh, das ist sehr gut. Von innen. Die Augäpfel innen? Das ist aber hier eine lange... Ganz schön hoch. Ja, da bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich gar nicht, weil wir das erst aufsprengen müssen. Da oben ist nämlich... Ja, ich denke... Oh, nee, bitte nicht. Oder? Doch, ach, das ist die... Nein! Es ist die Stelle, die ich gefunden habe. Nee, es ist eine andere. Aber genau so eine Stelle habe ich schon... Ähm... Oh, oh. Wo sind wir? Anderen. Was ist denn jetzt... Was ist denn jetzt so dichter dran von hier? Blau oder Rot? Rot ist unsere normale. Ich glaube, Gelb ist dichter dran, hä? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Irgendwie in der Höhle sicherer gefühlt als hier. Ja, ehrlich gesagt, ja. Warte mal, ich muss mal einen Fisch essen. So. Ich brauche... Oh, Bären. Ich hoffe, die richtigen. Ja, das sind gute Bären. Sehr gut. Sehr gut. So, lass uns mal kurz gucken... Ungefähr orientieren, wo wir sind. Schwierig. Was ist denn... Ich glaube... Nee. Ja, Rot scheint... Also, Rot scheint überschaubar näher dran zu sein. Genau. Ja. Oder? Ja. Ich glaube schon. Gut, dann lass uns Team Rot, ne? Ist hier vielleicht auch noch was. Also, da oben drauf. Schade, dass wir uns das nicht so richtig markieren können. Ja, außer mit so einem Markierer-Dings, ne? Ja, aber Markierer-Dings konnten wir ja nicht machen bisher. Oh, Echse, Echse, Echse. Ja, ja. Ende, 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 Ende. Hey, ich hab dich erwischt. Da hinten ist er. Äh, Vorsicht. Oh, oh, ah. Gut, ähm, da unten ist es den Schildies. Ja, da könnten wir für Trinkwasser, ne? Oder doch nicht. Aber wir sollten mal nachgucken, ob da Schildkröten kommen. Weil wir brauchen definitiv was zu essen plus, ähm. Na gut, äh, in unserer einten andenen Location gibt's ja Essen. So, wir müssen nur Blaupausen suchen. Die Frage ist, wo finden wir denn Blaupausen? Wofür? Na, für, warte mal. Blaupausen für, ähm, äh, dass wir uns hier so einen Markierer bauen können. Ach so. Weil sonst suchen wir uns ja immer wieder dumm und dusselig. So, ich hab, äh, einen Leguan hab ich. Ich hab gar nichts. Nix. Ach so, in meinem Buch. Aber ich hab's doch, ich hab doch nichts gefunden in meinem Buch. Essen. Lagerung, 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 Preis bauen. Ach hier, die Signalflagge, das hier. Ah. Chiki, ich, äh, ich setz mal eine Signalflagge, ja? Ja. Ich, äh, sammle hier mal Fleisch. So lange. Weil, ähm, die scheint ein direkter Weg zu sein, um ganz schnell Seile zu bekommen. Okay, das ist bloß ein Grafikfehler. Ich dachte, hier ist auch ein Eingang. So, wo war das da hinten irgendwo, ne? Ne, da oben. Boah, leck mich doch. Och, komm. Lecker Lizard. Schmeckt, ja? Ja, was heißt schmeckt? Ich sammle das ja hier zum, für uns. So, wo war es hier, ne? Och, wenn man das Ding mal wieder sucht, findet man's nicht. Doch, hier. Okay. Ich hab's gefunden, Moment. So, ich boah noch ein Stückchen. Stückchen. Ey, ich brauch doch ein Stückchen. Bleib stehen. Ey, gibt's denn kein Stückchen? Für ein Stückchen denn? Ne, ich brauch noch ein Stückchen zu bauen. Nehmen wir das hier. So, was kann man mit dem Hasen machen? Da kannst du dir ne, ne Tasche bauen für die Bären. So, ich hab ne Signalflagge. Kann man die noch nachträglich? Wie nennt sich das mit den Bären? Ich hab nur ne Pouch. Quiver. Small Rockback. Rabbit. Englisch kann ich das nicht sagen. Okay. So. Okay. Wird mir hier auch nicht angezeigt, was ich dafür brauche. Egal. So. Ich guck mal. Oh, hier ist auch noch mal Sprit. Brauchen wir mal. Also hier, wo die Markierung ist, ist eigentlich theoretisch alles da. Seile gibt's hier auch. Okay. Was sammelst du denn da? Ich war jetzt hier nur und hab geguckt. Ich hab das gelbe Fähnchen, was du vielleicht siehst, wenn du mal genauer guckst. Ja, ich seh das. Das ist jetzt der Eingang zu der Höhle, wo wir direkt runter... Wir sind Gegner. Kommst du wieder? Ja, ja, ich komm mal. Wo wir direkt runterrutschen können und bei den Dings sind. Oh, das sind zwei Gegner. Ich komme doch schon, Mann. Ach Gott. Ich bin doch schon gleich bei dir. Brauchst keine Angst haben. Bisschen Angst hab ich schon. Brauchst aber nicht. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Siehst du mich schon erscheinen? Nee. Schade. Ich hab'n Stein mitgenommen. Äh, da sind noch zwei. Ach so, das sind die zwei. Okay. So, hast du genug Fleisch gesammelt? Also, ich habe ein, zwei Hasen, ein Lizard und dreimal kleines Fleisch. Na, das können wir zum Trocknen draufhängen. Dann brauchen wir es nicht braten. Wenn es gepökelt ist, können wir es nämlich mitnehmen. So, dann lass uns dann rüberschwimmen, ne? Oh, ich überlege, ob ich hier noch den einen Hasen kriege. Aber ich glaube nicht. Und dann gehen wir nach Hause, speichern ab und dann... Ähm... Da machen wir einen kurzen Break. Ja, nice. Was war denn eigentlich in der Höhle bei uns gegenüber? Da brauchte nur Zauchen, ne? Da war Wasser. Ja. Genau. So sah es aus. Ah, schön. Jetzt sieht man das Fähnchen. Tauchst du da unten, oder was? Ja. Warum? Weil ich dann schneller schwimmen kann. Na toll, jetzt ist noch ein Gewitter. Aber interessanterweise haben die ja hier scheinbar mal gelebt in den Hütten. Oder sind das andere gewesen, die hier gelebt haben? Also eigentlich in diesen Camps hast du auch so Opfer, so Altäre, wo eigentlich, also zumindest war das mal in der Version, die ich noch gespielt habe, so. Habe ich jetzt hier noch nicht so gesehen. Also diese Opfer-Altäre und so. Die sind mir hier noch nicht aufgefallen. Dir? Ne, ne? Ja, war auf jeden Fall, ich muss sagen, eine schöne Runde, vor allem dann die Höhle dann am Ende. Ja, die war cool. Zum Glück haben wir sie gemeistert. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, auch so ein Equipment, was eigentlich ganz gut ist. Möglicherweise. Guck mal, und zu Hause sind wir auch schon. Wie gesagt, das Zeug aufhängen, ne? Ja, ich weiß das. Ich mach das doch gerade. Okay. Ich mach das auch. Ach, guck mal. Ich hab eigentlich noch, wo ist denn, ach, das Small Meat kann ich nicht aufhängen. Dann muss ich das eben braten. Ist ja egal. So, ich hab schön Beine zum Trocknen aufgehangen. So, nochmal lecker was trinken hier. Oder hab ich noch was im... Ich hab da eben grad was gesehen hier. Was genau? Na, irgendein... Hab ich's. Na, ich hab da eine Schwimmshornbank, oder was? Oder? So, wenn du Hunger hast, hier kannst du dir was reinziehen. Wow. So. Brauchst du noch einen? Dann nimm den anderen noch. Na, ich bin eigentlich voll. Du auch, oder? Nee. Dann iss. So, dann speichern wir mal. Genau. Und, äh, schlafen tun wir nicht, wa? Weil... Nö. Das machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Deswegen, ja, ist eine gute Zeit. Machen wir Feierabend an der Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Äh. Ey. 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 Die Kettensäge ist schon geil, ne? So. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Leider dann ohne den Schiki, weil der reißt dann wieder ab. Ja, ich bin nicht mehr da. Genau. Also eigentlich schon, aber nicht mehr. Aber nicht mehr physisch, physisch anwesend. Äh, das heißt, morgen Abend geht's dann normal weiter. Mal gucken mit was. Ich hab keine Ahnung. Die ganze Woche ist ja ein bisschen anders als sonst. Samstag ist The Witcher wieder dran und Sonntag ist Eike in Soundmind wieder dran, weil das hat ja jetzt alles pausiert. Gut. Schlaft gut. Träumt was Schönes. Gute Nacht. Bis dahin. Und schönen Freitag morgen. Oder heute. Bye, bye. Schönes Wochen. Tschüss. 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 Tschüss.